Manche kennen ja das Sprichwort totgesagte, leben länger und das gilt in diesem Fall auch für den Sommer 2024. Wie oft gab es da schon einen Abgesang, da kommt nichts mehr in Sachen Sommerwärme und Hitze. Und jetzt ist er voll da, der Sommer 2024 und die Prognosen bleiben stabil bis Monatsmitte auf Sommerkurstemperaturen, verbreitet 25 bis 30 Grad regional auch mal deutlich darüber. Und auch das GFS-Modell rechnet immer wieder neue Hitzespitzen nächste Woche, aber auch zum nächsten Wochenende schon wieder. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Samstag hier bei wetter.net. Das ist die neueste Frühprognose vom heutigen Samstag vom GFS-Modell für den nächsten Samstag, für den 10. August. Denn wir sehen schon wieder verbreitet Temperaturen von mehr als 30 Grad in der Spitze hier im Südwesten. Punktterminprognosen um 35 Grad, das könnten auch mal die 36 Grad werden. Ich gehe mal rüber und auch im Osten sieht es genauso warm bis heiß aus. Also der Sommer, der scheint uns noch eine Weile erhalten zu bleiben. Und immer wieder kommen die sehr warmen bis heißen Ableger aus Südwesteuropa zu uns. Wir sehen das hier über Frankreich, 36, 37 Grad, aber auch in Südosteuropa herrscht weiterhin eine große Hitze. Das sehen wir hier auf der Wetterkarte teilweise im Osten von Österreich bis zu 38, 39 Grad, die Punktterminprognosen. Und wir liegen hier in Deutschland mittendrin von der einen Seite Hitze, von der anderen Seite Hitze. So richtig heftig kommt keine wirklich durch, aber es reicht aus, um uns Sommerwetter zu bescheren für die nächsten mindestens 7 bis 10 Tage. Und das hier sind die neuesten Prognosen vom GFS-Modell, die bleiben dabei. Der Sommer geht erstmal weiter. Aber ein Blick auf die Ensemble-Prognose verrät weiterhin, es ist auch sehr spannend und zwar spätestens so ab dem 11. bis 12. August. Da kann man nämlich überhaupt keine Aussage treffen. Das Ensemble Mittel geht nach unten. Beispiel hier Hannover auf Werte knapp über 20 Grad. Aber der Hauptlauf bleibt immer wieder oben bei 30 Grad und sogar noch darüber. Und der ist im Grunde zwar ein Ausreißer, diese Ensemble-Prognose, aber er ist ein konstanter Ausreißer. Fast jeder Berechnungslauf zeigt beim Hauptlauf Hitze bis zum Abwinken. Das Ensemble Mittel aber sagt, nö, nö, ich bleib mal deutlich niedriger. Also, das ist sehr interessant. Wer sich da am Ende durchsetzt, ist noch völlig offen. Auf jeden Fall bleibt es erstmal sommerlich warm, mindestens bis zum 10. 11. August. Dazu ab und zu hier und da mal ein paar kurze Regenschauer oder Gewitter. Recht ähnlich das Ganze auch in München. Erstmal ein kräftiger Temperaturanstieg von 25 auf knapp über 30 Grad. Dann das Mittel später ein bisschen absinken Richtung 25 Grad Marke. Der Hauptlauf weiter oben mit dabei. Will Richtung 35 Grad Marke. Es ist auf jeden Fall spannend. Fest steht auch hier nur weiterhin Sommer bis 10. 11. August. Was danach passiert. Städten in Sternen. Optionen auf weitere, noch größere Hitze, aber auch auf eine Abkühlung. Da kann man wirklich noch keine sichere Aussage treffen. Und auch da gilt immer wieder, bleibt so ein klein wenig wechselhaft Schauer und Gewitter wie im tropischen Regenwald. Gestern hat jemand kommentiert, das war ja Quatsch zu sagen, wie im tropischen Regenwald. Da wäre es doch viel heißer. Nö. Also im tropischen Regenwald sind meist Temperaturen um 25 bis 29 Grad, wie bei uns aktuell auch. Und dazu eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, einzelne heftige Schauer und Gewitter. Im Grunde ist es so ein bisschen ähnlich aktuell bei uns. Und da gibt es eben keine extreme Hitze im tropischen Regenwald von bis zu 40 Grad. Das ist dann doch eher anderen Regionen vorbehalten. Das Wetter für euren Ort gibt es weiterhin in unserer wetter.net-Wetter-App, kann ich nur empfehlen. Gibt es nun auch für Apple Endgeräte einfach mal dem Link hier in der Videobeschreibung folgen. Und dann kommt ihr direkt zum Download zum Apple Store. Wir schauen auf das Wetter in der kommenden Nacht. Da zieht teilweise etwas Regen vorüber, viele Wolken. Es wird nass werden, vor allem nach Norden hin. Die Temperaturen so um die 17 bis 13 Grad. Morgen dann ein neues Hoch, aber wir liegen mittendrin in dieser Wetterfront. Und das teilt so ein bisschen den hohen Luftdruck, bringt uns deswegen auch leicht wechselhaftes Wetter. Das sehen wir hier auf der Wetterkarte. Morgen so ein Mix aus Sonne und Wolken mittendrin, einzelne Schauer und Gewitter. Und die Temperaturen gehen etwas nach unten, meiste um die 21 bis 25 Grad. Wer jetzt glaubt, das ist dann recht angenehm. Naja, zumindest nach Norden, im Süden weiterhin immer noch das Problem der großen Schwüle, drückenden Schwüle. Also so richtig angenehm wird es nicht werden. Und zum Montag kommt der Sommer wieder mit Macht zurück. Mit viel Sonnenscheintemperaturen dann zwischen 21 Grad an der Ostsee und bis zu 30 Grad im Südwesten. Und auch der Dienstag nächste Woche bringt Sommerwetter vom feinsten. In vielen Landesteilen viel, viel Sonnenscheintemperaturen 27 bis 33 Grad. Es wird also noch ein klein wenig wärmer werden. Und dann wieder eine neue, naja, nicht Hitzespitze, aber Schwülenspitze, würde ich sagen, am Mittwoch. Die Luftmassen werden feucht, sehr unangenehm. Man schwitzt wieder aus allen Poren, das Ganze bei 24 bis 32 Grad, aber eben einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit. Und aus Westen kommen dann abends neue, kräftige Schauer und Gewitter herangezogen. Etwas entspannter die Luftmasse am Donnerstag. Nicht mehr ganz so schwül, aber weiterhin sommerlich warm. Zwischen 24 Grad an den Küsten und bis zu 31 Grad am Oberrhein messen wir mittendrin immer wieder mal recht viel Sonnenschein. Im Norden, im Osten, zeitweise auch mal ein paar Wolkenfelder. Zum nächsten Wochen, die Neustoch-Prognose zeigt es jetzt schon wieder, neue Hitzespitzen möglich. Am Freitag 26 bis 33 Grad, dazu viel Sonnenschein an der Nordseeküste, später einzelne Schauer oder auch kurze Gewitter. Und das zweite Augustwochenende könnte jetzt an dem neuesten Stand sehr heiß werden. Zumindest berechnet das GFS-Modell in seinen aktuellen Läufen sehr viel Hitze für das nächste zweite Augustwochenende. Temperaturen um 30 bis 35 Grad, Richtung Oberrhein sogar bis zu 36 Grad. Dazu erneut eine sehr stark zunehmende Schwüle und recht viel Sonnenschein. Nur ganz vereinzelt mal ein paar Schauer und Gewitter, vielleicht über den höheren Lagen. Ja und der nächste Sonntag ebenfalls sehr heiß, also es könnte ein heißes Wochenende werden, sehr heißes. 29 bis 35 Grad, punktuell im Osten und im Südwesten wieder bis zu 36 Grad und dazu recht viel Sonnenschein. Noch kurz der Blick auf den Montag danach. Insgesamt wieder etwas kühler, einzelne kräftige Schauer und Gewitter. Die Luftmassen ein bisschen angenehmer mit 21 bis 26 Grad. Die Schwüle lässt langsam wieder ein klein wenig nach. Der Blick auf die Regensummen bis zum nächsten Samstag, bis zum 10. August vom deutschen Wettermodell. Und man sieht besonders hier westlich von uns viel trockenes Wetter. Kaum noch Niederschläge über Frankreich. Auch hier in Westdeutschland nur wenig Niederschlag in Sicht. Dafür etwas mehr hier im süddeutschen Raum und hier rund um Nord- und Ostsee. Da sind durchaus ein paar Schauer und Gewitter noch möglich in den kommenden Tagen. Zumindest nach dem deutschen Wettermodell. Zum Vergleich noch der Blick ebenfalls bis zum 10. August nach dem amerikanischen Wettermodell. Je weiter nach Westen, desto weniger Niederschlagsignale deuten sich an. Da merkt man also, da kommt ein Hoch von Westen reingezogen und das reduziert die Niederschläge zumindest mal bis zum nächsten Samstag, bis zum 10. August. Der Blick auf die Ensemble-Prognose. Konstant sommerliche Wärme im Norden unseres Landes bis zum 18. August um die 25 Grad. Zeitweise auch mal bis zu 30 Grad. Ab und zu mal einzelne Schauer und Gewitter. Im Westen ist das Ganze relativ ähnlich, Temperaturen um 25 bis 30 Grad. Hinten raus auch hier ein großes Rauschen, knapp über 20 Grad. Das Mittel Ausreißer bei über 30 Grad. So bleibt es bis zum 18. August. Auch hier gilt, ab dem 11. bis 12. August ist noch alles völlig offen, wohin die Reise geht. Sicher ist nur bis dahin, bleibt es erstmal sommerlich bis hochsommerlich warm. Was danach passiert, müssen wir abwarten. Dazu auch hier ab und zu mal ein paar Regenschauer oder kurze Gewitter. Wir blicken nach Ostdeutschland. Hier fällt auf kaum noch nennenswerte Niederschlagsignale. Immer wieder längere, trockene Wetterphasen, wo gar nichts vom Himmel runterkommt. Temperaturen 25 bis 30 Grad. Einzelne Ausreißer später bei 35 Grad. Aber auch hier gilt, große Diskrepanzen zwischen dem Ensemble Mittel und dem Hauptlauf. Der Hauptlauf will fast in neun von zehn Fällen immer wieder große Hitze bis zum 18. August. Das Mittel aber sagt, nö, nö, es ist so 10 bis 15 Grad kühler. Es bleibt also sehr, sehr spannend. Dazu auch hier einzelne Schauer und Gewitter. Und der Süden relativ ähnlich. Temperaturen anfangs um 25 Grad im Mittel. Später Richtung 30 Grad zeitweise ansteigen. Dann sinkt das Mittel etwas ab. Aber die Ausreißer und der Hauptlauf teilweise bleiben sehr weit oben Richtung 30 Grad Marke. Hier allerdings mehr Regensignale ab dem 11. und 12. August. Zum Teil sind es aber auch dort kräftige Regensignale in Form von Gewittern und eben dort mit Starkregen. Es geht also sehr sommerlich weiter. Zeitweise eben auch sehr drückend schwül. Das kann man hier nicht unbedingt rauslesen aus dieser Grafik. Aber auch für die Mitte gilt, es bleibt sommerlich warm. Konstant um 25 Grad mindestens punktuell auch bis zu 30 Grad. Und längere Zeit auch mal trockene Phasen mittendrin einzelne Schauer und Gewitter. Also kurzum, der Sommer ist da. Und der Sommer bleibt uns erstmal im seriösen Vorhersagezeitraum erhalten. Das war es vom Wetter. Einen schönen Samstag. Tschüss, bis bald.